Jo, es ist Glumanda Event, es ist Glura Glumanda Event, oh mein Gott. Klipp, 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 klipp. Ach nee, einfach Urlaub und dann schön zu Hause noch zwei Wochen garten. So, das ist halt das Ding. Nein, nein, nein. Junge, Aufmerksamkeitsspanne von einem fünfjährigen Junge. Jo. 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 Riesisch, 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 ja. Jungen, jedenfalls da steht unter diesem BigBoss Video steht, Kolle, wie zugekokst willst du in dem Video sein, kollega? Ja. Sei du Riesisch, ja. Regisseur, Junge. Riese. Regisseur, Junge. Riese. Warum bist du so leise? Riesisch. Nein, Regisseur, nicht Riesisch. Riesischur. Nein, Regisseur, Junge. Riesischur. Du bist so dumm. Junge, ich kann es nicht aussprechen, lass in der Ruhe. Rudolf? Hey, du Hurensohn. Wer ist er? Deine Mutter. Was willst du? Was bist du so frech? Was du willst, ist die Frage. Deine Mutter. Wer schon so antwortet. Hallo. Wer der ist? Ich will den Namen wissen. Hans-Jürgen. Den man gleich eine reinhauen kann. Ja, komm. Wer du bist? Komm, Burg Stargardt. Ja, was? Komm, Burg Stargardt. Ja, wie ist der Name, du Dixer? Bubble nicht so viel. Hm, ich bubble dir gleich. Schnack mal nicht so. Wer babbelt so viel? Schnack mal nicht so. Ja, ich schnack dir gleich richtig am Hals, Junge. Ja, ich schnack dir gleich richtig am Hals, Junge. Was ist mit dir? Was willst du, du Wichser? Ja, schnack nicht so. Achso, warte einfach zu sagen, ob das schnack nicht so, hä? Ja, bubble mal nicht so viel. Denkt ihr, das wär ich? Ja, ja, ich war mal was. Also, bist du einer von Joel? Du bist... Ich hab die Bombe, ich hab die Bombe. Er hat wieder angemacht. Oder noch nicht? Keine Ahnung, was jetzt gerade abgeht. Was geil? Nein, das kann man gut als Clip nutzen, Junge. Ja, das ist richtig wild gewesen. Hat der da mit nichts zu tun, Ralf Camorra, ist ja... Ralf Camorra! Ralf Camorra! Ralf! Oh, kannst du mich hier bitte nicht nerven. Grenade out! Na. Kann das sein, dass Trimax Freundin genauso lost ist wie er? Weil die sieht einfach auch wohl lost aus. Throwing fire! Ja. Wieso hatten Trimax ne Freundin, nur... Gehüllt. Ja. Ja. Nein. Nein, da kommt schon die nächste. Treiber angeschitten, Junge. Oh nö. Weiß ich nicht. Ne. Pimmel abgeschnitten Mal Clip, das war bitte einer Wenn ich das schon wieder sehe Und wenn ich das schon wieder sehe Müssen eigentlich immer irgendwelche komischen Kackweiber Immer irgendwie auf meine Story antworten Mit irgendeinem scheiß englischen Wort und einem Emoji dahinter Junge Du drückst das doch nicht mal Digga, du bist Du bist So ein Spast, Alter Um was zu tun Den zu killen Oh Ach Gott Was? Schon wieder so ein Ding? Schon wieder so ein Ding? Ganz ruhig Ganz ruhig Nein, das war krass, Alter Aber wir machen das Wir reißen das jetzt noch Wie fast gerade Digga, weil das 100 Jahre dauert Frisch die Zähne zu kommen Ja, nicht schlecht Ich frage dich Ja, nicht schlecht Ich frage dich Also, die Zähne zu kommen Was sind die Zähne zu geben Die Zähne zu kommen Ich frage dich Wenn ich das schon wieder sehe Vielen Dank.